Es ist Valentinstag, der Pilzdealer blinkt schon wieder, das heißt die ideale Gelegenheit, dass ich dann wieder ein paar Pilzchen aufladen werde, diesmal noch ohne Webcam, die Betonung liegt auf noch, denn ich habe den Rat aus den Kommentaren befolgt, sehr viele haben mir geraten, als ich beim letzten Mal gesagt habe, ja meine Webcam, das ruckelt und das stört mich auf meinem Netbook, weil ich die extern aufnehme, weil das Kabel zu kurz ist, ja und es gibt die Lösung, ein USB-Verlängerungskabel, habe ich irgendwie eigentlich schon mal dran gedacht gehabt, ganz am Anfang, als ich hier das so alles eingerichtet habe in meinem Zimmer, allerdings hatte ich dann die Befürchtung, wenn ich alles auf meinem Hauptrechner aufnehme, dass es dann vielleicht ruckelt, wenn ich hier das Spiel in Full HD aufnehme, meinen Ton, also hier, was ich hier labere, meine halblustigen Kommentare, die nehme ich auch nochmal extra auf und dann noch eine HD-Webcam, muss ich mal schauen, aber es wird schon hin und ansonsten muss ich die Qualität ein bisschen runterschrauben, aber das wird schon gehen, hoffe ich, denke ich, auf jeden Fall. Heute wird erstmal gespült, also danke nochmal an alle Kommentare und Vorschläge, die dir nochmal gesagt haben, USB-Verlängerungskabel und hier und da, ja, ja, sowas gibt's, you hey! So, gestern das letzte Item hineingeschmissen und ich bin auf 900, ziehe hier erstmal und auf S20 kann ich auch ziehen, das ist jetzt immer so gleichzeitig irgendwie. So, yes, 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 vielleicht gegen einen anderen Magier, aber ich weiß ja nicht. Aber das Teil ist bestimmt 1,8 Millionen, ja, überdurchschnittlich viel wert. Die Items aus dem Klo, die Crab-Items sind irgendwie immer mehr wert, aber so, muss ich mal schauen, die habe ich eigentlich aufgelevelt. Ja, aufgelevelt habe ich sie. Das heißt, das Gold brauche ich aber eigentlich, denn es ist gestern mein Lebenstrank abgelaufen und ich blätter jetzt wieder ein bisschen auch nach den Tränken, um die abzudaten. Dann schmeiße ich hier die Schuhe weg, dass ich Platz habe. Damit fange ich auch gleich direkt mal an und nebenbei gibt es schlechte Neuigkeiten. Jetzt nichts, was mich betrifft, sondern allgemein die Shakes & Fidget-Welt. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten sagen soll. Soll ich es überhaupt sagen? Soll ich diesen Traum von vielen Spielern zerstören, dass man ein Vorbild in Shakes & Fidget hat, der jahrelang schon gespielt hat? Hier bin ich auf Server 1. Das erkennt man hier an den Spielern. Zwergenreich, Raubritter, der Gorgler. So, jetzt schaut man hier mal so ein bisschen. Wo ist Gump? Wo ist dieser Zwergenkrieger, der da immer der Allerhöchste war, am allermeisten gespielt hat? Ach, ich klicke hier einfach, ich suche hier mal Gump. Gump, was, was, was passiert nur hier? Was ist das? Gump, Stufe 2. Nach vier Jahren im Ruhestand, das Original. Oh Mann. Gump, ein Level 300 irgendwas ganz viel Spieler, der so gut wie am meisten gespielt hat hier in diesem Spiel, hat wirklich nach fast vier Jahren aufgehört. Und das ist einfach nur krass. Aber das noch dazu ist eben der Charakter gelöscht. Klar, ich kann es irgendwie verstehen und nachvollziehen. Oft macht man das so, wenn man irgendwie aufhört, löscht man gleich direkt seinen Charakter einfach so. Weiß nicht, fängt dann vielleicht eine 9 an, dass der Name nicht in den Dreck gezogen werden kann. Das ist eine Sache der Ehre eventuell. Und dass man hier dann nicht, man war immer ganz oben und irgendwann würde er dann wieder runter sinken, obwohl das wahrscheinlich noch Jahre dauern würde. Und der würde trotzdem nicht wirklich sinken. Aber es ist schon irgendwie krass, dass, also ich hätte es echt nicht, das kam ziemlich überraschend. Ich hätte nie gedacht, dass Gump, der Spieler, von dem irgendwie jeder redet, immer wenn es um einen High-Level-Krieger geht, Gump, hier und Gump, bei dem kosten die Skills 10 Millionen und bei Gump ist das so und so. Ich habe ihn auch oft schon in den Videos erwähnt und irgendwie als Bezugsperson so vergleichen wie, hey, ein Zerang ohne Pilze. Das ist schön. Ja, das ist schon eine traurige Meldung. Auf jeden Fall. Also, ob mit ihm noch andere Leute aufhören werden, wer weiß. Allerdings ist jetzt die Position des irgendwie berühmtesten Kriegers, obwohl er wird immer berühmt sein und bleiben, aber schon irgendwie traurig. Ja, schon traurig. Und nach dieser Trauerminute, was gab es noch so Neues? Die letzten Tage startete er ja, wie von mir auch schon angekündigt, Server 25 und ich wollte mich bei eben so einer genialen Spendenaktion, Community-Aktion beteiligen, wo jeder einfach so ein bisschen spielt und sein Gold in eine fremde, unter Anführungszeichen, Gilde spenden kann. Normalerweise würde ich jetzt diese Anführungszeichen machen, aber ohne Webcam. Ich vermisse es auch schon ein wenig. Ja, in eine fremde Gilde hineinspenden, dass hier so schnell wie möglich der Ausbau stattfindet. Einfach nur, um das so ein bisschen die Community zu fördern, mal zu schauen, was da geht. Ja, ich klicke mal auf S25 drüber. Juhu, grandios. E-Mail-Adresse nicht bestätigt. Sehr genial, sehr genial. Dieser Charakter, der hatte mal irgendwas mit mehr als 100 Gold. Dann habe ich mir die Stadtwache aufgehoben für den nächsten Tag, weil da war Gold-Event. Das heißt, die holt man sich erst am Gold-Event ab und da wäre dann so viel Gold zusammengekommen. Und ja, aber es hat nicht hingehauen. Irgendwie. Ich habe sogar, ich habe meinen Charakter sogar einmal gelöscht und dann in der Happy Hour nochmal den jetzt hochgezogen. Doch, ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, warum. Ich habe sogar dem Subrat geschrieben. Es wurde nicht bestätigt. Manche hatten Glück, manche nicht. Wenn man die E-Mail-Adresse nämlich nicht bestätigt hat, kann man leider kein Gold in eine Gilde hineinspenden und da kann ich noch so viel Gold haben. Da war ich etwas demotiviert für diese ganze Aktion. Das Problem hatten leider sehr viele. Hier um diese Gilde ging es. Kraftwerk, da waren einige Goldspender aktiv. Ja, schade. Ziemlich schade. Was soll man machen? Diese Bestätigungs-Mail am Anfang. Ich kenne es von allen Servern. Das ist echt ziemlich traurig. Und hier Dream, der diese Aktion eben gestartet hat. Der nette Dreamscape hat 6.588 gewonnene Kämpfe. Einfach nur krass. Und das auf so einem neuen Server. Das ist schon mal sehr fein. Ja, S25 hier. Die Leute aktuell so rund um Level 50. Das heißt, bald wird wahrscheinlich irgendwo der erste Rage starten. Hier Kraftwerk, das ist eine reine Krieger-Gilde. Jo, das waren so die zwei Themen. Gump hat aufgehört. S25, sehr traurig für mich. Was soll man machen? Wenn sich da so viele tausend Leute auf einmal anmelden, ja, gehen die Mails vielleicht unter. Aber es ist ja nichts Neues. Es ist schon 24 Mal passiert. Oder eben 25, wie man es auch immer sehen möchte oder sieht. So, Tränke-mäßig. Gold habe ich sowieso nicht mehr so viel. Jo, März, März und auch März. Ja, das reicht mal wieder. Und ich fange mit den Dungeons an. Beziehungsweise mit den Türmen. Da möchte ich ein bisschen weiterkommen. Weil ich auch, ich glaube, zwei Level-Ups oder ein Level-Up hatte ich mindestens. Bis zum vorigen Versuch. Und dadurch levelten natürlich alle von meinen Begleitern. Und ich sowieso. Ja, und was noch jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Änderungen in Shakespeare hineinbringen wird, ist, was ich auch schon beim letzten Mal kurz nur nebenbei erwähnt habe, dass jetzt jedes Wochenende ein Event ist. So, hoppala. Da kämpft irgendwo was. Wo kämpft da was? Hier kämpft da was. Mein Kundi mit seiner Wuvuzela. Wuvuzela. Die ist so nervig. Also das Geräusch geht einem nach der Zeit schon ziemlich auf den Wecker. Vor allem, ich habe die schon wieder. Ich werde die nicht los. Okay. Ja, jedes Wochenende jetzt ein Event. Und das ist schon krass. Einerseits muss ich sagen, Events wie das Epic-Event, das war für mich immer so was extrem Besonderes. Epic-Event, alle zwei Monate nur Blättern. Geschafft! Und wie? Und wie ich den geschafft habe? Kriegergürtel. Ach, ich brauche mal eine Waffe wieder. Ich brauche eine Waffe. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Rüstwert? Aber das hat fast 100 Hauptattribute mehr. Das heißt, muss ich nehmen. Aber trotzdem, die Rüstung ist schon ziemlich traurig. Sehr traurig hier, die Rüstungswert. Das, ja, cool. Sehr cool. Sehr toll. Habt ihr wieder mal genial gemacht, meine lieben Epics-Austeiler. Ja, was will man machen? Nichts. Genau. Das heißt, das Epic-Event irgendwie, wenn das jetzt jedes Monat, jeden Monat einmal ist. Wen haben wir hier? Was sind denn das für gestalten? Rot-Weißchen. Dann ist das irgendwie... Einerseits lohnt es sich für die High-Level-Charaktere dann gar nicht mehr, weil wie viele Level-Ups schaffe ich in einem Monat? Wenn ich jetzt so grob durchrechne, zwei maximal, aber wirklich nur maximal. Wenn ich noch höher wäre, dann vielleicht 1,5. Manche schaffen vielleicht drei, aber dann sind die Epics nicht wirklich besser. Also da werde ich auf jeden Fall immer jedes zweite Epic-Event auslassen oder bei jedem so ein bisschen machen. Auch für die Begleiter oder für das Klo so ab und zu was. Obwohl ich das fürs Klo blättern. Ich habe sogar schon mal vergessen, was in die Toilette zu schmeißen. Also das ist nicht so krass heftig, finde ich, für mich. Aber einerseits eben extrem gut, dass jetzt jedes Wochenende ein Event ist. Wenn man sich das nur vorstellt, Gold-Event doppelt so häufig. Erfahrungsevent doppelt so häufig. Noch dazu wird das multipliziert wegen diesem Gold-Bonus jetzt im Turm. Das wird so krass. Also die Skills werden jetzt nach oben schießen. Sowas von. Jetzt kommt es mir. Vielleicht hat das was mit Gams Rücktritt sozusagen zu tun. Weil er meint, die ersten zwei Jahre... Also das meint er nicht, das denke ich mir jetzt so. Ich fantasiere gerade hier. Die ersten zwei Jahre, sagen wir mal, da gab es ja diese ganzen Sachen noch nicht. Keine Events, keine so krassen Boni, nicht diesen Gold-Bonus aus dem Turm. Und er denkt sich jetzt, alle, die jetzt kommen, haben so einen extremen Vorteil hier dadurch, dass seine ganzen Jahre, wo er gepilzt hat, eigentlich gar nichts gebracht haben. Also schon was gebracht, aber nicht so viel. Ui, das schaut... Ui, das schaut... Ui, das schaut... Nein, weich aus. Magier, weich aus. Bitte, Magier, weich so aus. Gibt's nicht, schade. Das könnte vielleicht sein. Aber mich freut's auf jeden Fall. Das ist echt genial, weil... Das Gold-Event ist einfach... Das geht so ab. Da kann man so skillen. Ich bin auch jetzt über 8.000 Intelligenz. Ich wollte diese Grenze durchbrechen und habe es geschafft. Mehr als 8.000 Intelligenz. Das ist schon eine feine Zahl. Da bin ich einer der Letzten hier in der Rangliste, der das irgendwie erreicht, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Aber trotzdem. 8.000 ist schon mal fein. Es gibt da, wenn ich schon auf Server 1 bin, da gibt's ja Charaktere, die haben hier irgendwie... 11.000 ist schon. 11.500! Und 4.500 Basiswert. Ja, das ist schon crazy. So, wo war ich auf Server 14 mit den Dungeons? Das ist schon ordentlich. Aber trotzdem. In kleinen Schritten anfangen. Und dann wird das schon. Jetzt mit dem Gold-Event, wie gesagt, das wird ordentlich abgehen. Erfahrungs-Event auch recht genial. Aber jetzt auf dem hohen Level, glaube ich, bevorzuge ich sogar das Gold-Event. Bin ich mir noch etwas unschlüssig? Vielleicht bin ich dann anderer Meinung, wenn ich dann noch mehr Gold bekomme und immer auf 10 Millionen komme. Wie auch immer. So, was ist da los? Wild jetzt nicht. Mein, rein theoretisch müsste ich jetzt wieder ein klein wenig steigen. Ich schau mir mal meinen Magier jetzt kurz an. 8.100 Intelligenz fast. Wie viel hat meiner? Ah, meiner ist ein bisschen zu schwach. Vielleicht eine neue Waffe irgendwie so. Könnte ich die noch schaffen? Können wir es schaffen? Ein Versuch war gut dabei. Aber ich schau mal auf Server 20 hinüber. Nehmen wir hier nochmal etwas an. So, hier. Server 20. Hier habe ich auch meine Begleiter aufgelevelt. Auf Stufe 278. Oh, das ist schon fein. Das kommt... Eigentlich wollte ich mir das fürs Klo aufheben. Aber ich könnte auch ein Epic hineinschmeißen. Ich glaube, ich schmeiße ein Epic heute hinein. Habe ich hier jetzt eigentlich schon gezogen? Nein, habe ich ja noch gar nicht. Und dann verkaufe ich das. Nein! Nein! Aber ich habe hier auch noch was. Deswegen hebe ich mir diese ganzen Sachen auf. Manchmal bekommt man eben Quests. Da muss man ein Item nehmen. Weil die andere noch schlechter wäre. So. Das wird weggeschmissen. Und jetzt schauen wir mal ins Klo. Komm schon. Klo. WC. WC. Water Closet. Und... Yes! Ja, Glück! Endlich! Nach dem habe ich schon jahrelang gesucht. Endlich dieses Item. So, und mit dem... Alter Schwede. Nie im Leben! Aber... Ja, 1,1 Millionen. Was soll man da nur tun? Ui, werde ich jetzt die 1, 2, 3... 10 Millionen erreichen? Nein, werde ich nicht. Geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Aber wo bin ich hier? Im Turm 59. Und der ist ein Intelligenzgegner. Na ja, da ist der Kundschaftler ja nicht gerade der beste Kandidat dafür. Vor allem, wenn es zwei Kundschaftler sind. Moin! Aber egal mit welcher Klasse, auch mit meinem Magier, bleibe ich immer bei den Intelligenzgegnern hängen. Boah, das war knapp. Das war schon sehr, sehr knapp. Werde ich den schaffen? Werde ich ihn schaffen? Oder werde ich ihn nicht schaffen? Jetzt hätte mich interessiert, wie viele Turmetagen Gump eigentlich hatte. Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. War das knapp? Aber das hättest du dir eher behalten können. Das hättest du dir ernsthaft behalten können. Au weh. Au weh. Das schmerzt. So ein Epik schmerzt. Und wie das schmerzt. Aschenbrödel, Etage 60. Was bist du? Ein Ausdauergegner, wollte ich schon sagen, weil 7000 Ausdauer. Aber ein Stärkegegner. Da müsste eigentlich der Bertram ordentlich was runterfetzen. Wegen der Stärkeberechnung. Bei dem... Schon wieder so viel. Schon wieder so viel. Ui. 1000 Rüstung fast als Magier. Bringt zwar nicht so viel an. Oh, der hat auch schon hier 900. Das ist ja aber mal ein Fein. Oh mein Gott. Ich bin immer so... Ich hab doch einen Magier. Das ist doch ein Gürtel. Jetzt, Schilling. Das müsstest du aber wissen. Aber auch besser. Na, gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Und hier war mein Geschicktrank schon ziemlich knapp am Ende. Da blätter ich jetzt auch noch ein paar Geschicktränke. Wohl eigentlich hier auf dem Server könnte ich auch noch Geschickitems schauen. Ring. Genau. Ring, Ring, Ring. Ring, 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 Ding, Dong. Dong, Dong, Ding, Ding, Dong. Denn da würde ich mir sogar etwas für meinen kundigen Schafter kaufen. Soll ich das? Ja, nehmen wir auch noch mit. Sowieso. Da kommt ein Ring nach. Ein Ring. Sie zu... Geschick. Na, das ist nicht das, wonach ich suche. Aber das ist gut, dass ich gleich zwei Dinge suchen kann. Und nicht nur nach Tränken Ausschau halte. Ah, schon wieder mit Pilzen. Aber egal. Valentins Event. Das geht schon. Das geht schon klar. Hier, Valentinstag. Hui. Hui. Dieses Lila ist nicht zu bremsen. Habe ich mir den Ring jetzt schon angeschaut? Boah, wenn da ein neuer Ring kommen würde, das wäre schon eine feine Verbesserung. Ist zwar nur für einen Begleiter, aber trotzdem ein bisschen was. Boah, 580 könnte das schon haben. 580 könnte das haben. Jetzt komm schon. Ich darf mein Gold nicht so ganz ausgeben. Eine Mille sollte ich mir... Yes, hier ist er. Hier ist er, meine Damen und Herren. Wuhu. Wow, wow, wow. 46 Geschick mehr. Mal schauen, ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, um den bezaubernden Jean umzuklatschen. Das ist wieder ein Stärkegegner. Der müsste doch klappen und wie er klappt. So, das sind jetzt aber Handschuhe. Das sehe ich sofort. Das sieht man. So, na, 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 na. Jo, sind auch besser. Bisschen weniger Rüstung, aber da kann man ein Auge zudrücken. Mit 80 von den Hauptattributen mehr. Wieso schaffe ich jetzt eigentlich so viele? Ich bin ja hier auch nur 3 Level maximal gestiegen. Das kann es ja nicht sein. Das geht ja richtig ab. Immer wenn die Stärkegegner kommen, dann hat man so einen Lauf und ist nicht mehr zu bremsen. So wie Usain Bolt bei den Olympischen Spielen. Da geht es einfach zack, 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 bam, bam, bam und man steht im Guinness World Records Buch. Aber nicht wegen Shakes und Fidget. Ist sie eigentlich schwanger? Oder wieso sitzt sie da so und hält sich den Bauch? Da müssen die letzten 2. Und zwar die kunnige Gunde und ich müssen da am meisten machen. Der Magier ist da eher, jo. Ach, komm schon. Boah, da war mein Versuch so schön. Man soll sich wirklich die, irgendwie best of three oder so, die besten 3 Versuche von jedem Einzelnen, yes, abspeichern können. Yes, also nicht yes, ich hätte gerne eine Waffe, aber wenigstens kein Glücksepik wie vorhin. Jo, schon wieder 1000 Rüstung weniger. Soll ich es tun? Ja, ich muss es tun. Ich muss es tun. Und die Taverne ist auch fertig. Schade, schade, immer diese Sache mit der Rüstung. Immer die Rüstung. So, schaffe ich jetzt 10 Millionen? Nein, da fehlt ja noch viel zu viel. Viel zu viel. Und ich habe keinen einzigen Geschicktrank bisher gefunden. Das ist ja nicht normal, oder? Nur Ausdauertränke waren da dabei. Kein Geschicktrank. Deswegen läuft mir der auch immer aus. Ich glaube, mein Charakter ist versorgt. Der ist irgendwie entgeschickifiziert. Na, endlich gibt es das. Boah, aber das wird ja nicht reichen. Das sind ja wieder nur 3 Tage. Muss ich noch ein bisschen blättern. Obwohl, ich mache es einfach beim nächsten Mal. So lange reicht es ja noch. Das gibt es wirklich nicht. Nichts Geschickliches. Dann hab mich gern. Zauberl. Ja. So, endlich. Und wen haben wir jetzt? Die Wolkenfee. Die Holle. Ist das die Community-Managerin vom Support-Holle? Naja, also nicht Community-Managerin, sondern Support nur. Oh, yes! Das ist ja... Was mal genial wäre. Ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Wenn man den nächsten Turm macht, den vorigen knapp geschafft hat und den nächsten schafft man dann ohne selbst am Ende dran zu kommen. Das wäre ja mal krass. Das wäre ja mal wirklich krass. So, wenn ich den jetzt nicht schaffe. Jawoll! Jawoll, ja! Intelligenz, Ausdauer, Glück. Ja, das passt. Das passt schon ganz gut. Wie viele waren das jetzt? Das waren ja... Drei, vier, vier, drei, vier. Da geht noch was. Da geht noch was. Das ist ja fein. Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Ich hätte eher gedacht, so immer ein, zwei. Dass schon so viele wieder gehen. Ich hab doch nicht so viel gelevelt. Okay, es war Gold-Event, aber... Trotzdem. Was ist da los? Okay, da ist jetzt ein Geschick-Gegner. Und da merkt man schon... Der hat spitze Pfeile. Oh, der will noch nicht. Okay. Dann beende ich die Turm-Kletterei für heute erst mal. Vier Millionen Gold jetzt noch. Komm schon. Komm schon. Die zehn Millionen. Ich muss sie knacken. Ich werde sie noch nicht knacken. Rang 45 in der Ehrenhalle. Da kümmere ich mich überhaupt nicht drum. Sogar im Sammelalbum würde... Nein. Es wäre vielleicht noch ein Prozent. Ich glaube, der letzte Prozent ist erst drin. Wenn wir vielleicht noch einen Raiden, dann ein paar Dungeons schaffen würden. Apropos Dungeon. Wer kommt da eigentlich noch? Der Komma-Kommandeur. Stärke-Gegner. Jetzt dachte ich schon, ich habe ihn geschafft. Da habe ich mich ein bisschen verschaut. Ein klein wenig habe ich mich hier verschaut. Aber eigentlich muss ich den jetzt noch gar nicht schaffen. Ich will mir den auch nicht aufheben. Den schaffe ich, wann ich ihn schaffe. Und fertig, aus. Ab jetzt interessiert mich das nicht mehr, wann ich den Dungeon schaffe. Könnte von mir aus auch so früh wie möglich sein. Ich könnte ihn ja auch jeden Tag einmal in der Stunde probieren. Dann würde ich mir die ganzen Pilze ersparen. Aber ich will das unbedingt hier live. Live on stage haben. Aber der dauert noch ein bisschen. Ein klein wenig dauert der noch. Da muss ich natürlich die annehmen. Die ist auch schon wieder fertig. Und ich bin für heute schon sogar fast durch. Dreimal kann ich noch trinken. Denn ich habe spätabends schon geklickt. Ja, manchmal packt es einen. Und man kann nicht schlafen gehen. So tränkemäßig passt es hier auch. Wollte ich da noch ein bisschen versuchen. Aber die war irgendwie unbezwingbar. Da habe ich doch mit dem Kundschafter ein bisschen mehr Versuche, Möglichkeiten, Chancen. Und wie sieht es hier aus? Wie sieht es hier aus bei diesem Geschick-Gegner? Ja, Bäm, ein Crit und ich bin auf der Hälfte. Was geht mit dir ab? Was geht mit dir ab? Okay, nicht so viel. So, ja, Server 17 existiert natürlich auch noch. Da kann ich jetzt endlich Pilze aufladen. Ich habe auf ein Event gewartet. Und dann, jetzt nehme ich auch gar keine Quest an, dann ist dieser Tiger endlich weg. Und wieder der Greifendrache, Drachengreif. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, weil je nach Fraktion ist das unterschiedlich. Ja, Gamp, rest in peace. Auf jeden Fall ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler. Aber irgendwann bekommt man vielleicht mal keine Lust mehr. Kann man natürlich verstehen. Und S25, ich reg mich am besten gar nicht mehr auf. Ich reg mich am besten gar nicht mehr auf. Und beim nächsten Mal gibt es wahrscheinlich auch wieder mein Gesicht. Und ich hoffe, das haut alles hin ohne Ruckler, weil sonst drehe ich wirklich durch. Und damit geht es beim nächsten Mal weiter mit Jackson Fitch.